Der SC Paderborn und Wien Wiesbaden trennen sich 2 zu 1, die Paderborner gewinnen. Für Wiesbaden ist es aber sehr, sehr bitter. Ja, man hat geführt, hat wieder Punkte verschwendet oder vergeigt, muss man ja sagen, im Kampf gegen den Abstieg. Ich bleibe dabei, es ist eine super Saisonstadt für den Aufsteiger, aber wenn am Ende mindestens ein Punkt fehlt für den Klassenerhalt, weiß man, wo man die liegen lassen hat. Es ist noch viel zu spielen, aber sowas tut dann halt richtig weh. Man ist durch Froese in Führung gegangen und das war auch der Halbzeitstamm, Paderborn hat es nicht geschafft, ein Tor zu erzielen, was sehr, sehr bitter ist. In der zweiten Halbzeit, die haben sich aber nicht aufgegeben und sind durch Klass relativ früh in der zweiten Halbzeit zum Ausgleich gekommen. Und nur ein paar Minuten später durch Naciu, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, nur ein paar Minuten später haben sie das Spiel gedreht, 2 zu 1 für Paderborn. Sehr, sehr bitter für Wien Wiesbaden, die bis dato kein schlechtes Spiel mal wieder gemacht haben und da wäre noch mehr drin gewesen. Aber im Gesamten natürlich muss man sagen, dass Paderborn den Sieg irgendwo auch verdient hat, auch wenn unentschieden, denke ich, in Ordnung gegangen wäre. Für beide Teams ist es, denke ich, nicht optimal gelaufen. Also für Wien Wiesbaden muss man sagen, es ist ja eigentlich ein super Saisonstadt. Also halt außer, dass man halt schon ein paar Punkte verschenkt hat, das war nicht so optimal. Und für Paderborn läuft es gar nicht optimal, denn die stehen absolut nicht gut da und das hat man sich eigentlich anders vorgestellt. Man wollte oben angreifen um den Aufstieg, aber danach sieht es aktuell überhaupt nicht aus. Vielleicht geht es ja nach dem Sieg jetzt ein bisschen aufwärts. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Video und ciao, haut rein!